Sooo, da haben wir eh schon nochmal das erste. So, Burschen, ich sag's euch wie es ist. Ich geh jetzt lieb spielen. Heff an. Viel Spaß bei... Ja, ich weiß nicht, wie wir heute noch kommen. Ja, passt. Wir sagen uns, servus. Bis morgen. So, äh, ich hab ne Platte wieder nicht einladen. Ist das überhaupt online? Entweder er hat mich verschrieben oder er ist nicht online. Nein, dann kann ich mal. Du sieh ex Platte, ader. Yehh. Ich hab schon an 당신, ehm. Da haben wir, bochtet. Wie schreibt man den Hansch wieder, oder? Platte. Achso, der hat gar keine EZX mehr. Da ist nur Platte da jetzt an. Ah, interessant. Gut doch. Soll mal rechts an. So. Marc, warum bin ich den Hansch wieder so ultra leise? Bei anderen Mega-Funders. So, dann wieder auf 200% boosten müssen, das hat man dann nix. Soll ich mir, was ich schau mir nachrichten kann? Ja, passt. Jetzt haben wir noch zum Schauen. Der ist... Da wurde er. Let's go. Gut, der Pegel ist eh auf 200% eingestellt. Platte kommt, boys. Let's go. Was? Ah, uff. Also wir haben einen schlechten Start. Sag ich mal. Platte fürs Rollen. Ja, das ist egal. Das brauchen wir. Wenn es weiter geht, dann, you know. Ah. So. Ah, wir müssen wir denn jetzt einen move'n. Aber wir schauen ja. Servus. Okay. Hallöchen. Gehen wir ja schon aus. Trick not broken. True that. True that. So. Now bist du schon ready? Da fragt man extra noch, naja, wie willst du dem boys gehen? Er kommt so an, nö. Kein Bock. Er braucht die Ruhe. Ja. Er braucht dann dein Geschrei nicht, wenn er eh her hat, dass du verlierst. Also ist das denn so? Ja, Mann, das Ding ist halt fast wie Lurken im Stream. Es ist so kacke, gar nicht. Ich verliere. Ich werde nur Spaß haben. Sehr gut. Das ist der Spirit, Alter. Ich hab zwar gesagt, ich bin Xerxes-Schüler, aber ich hab nie gesagt, dass ich gut bin. Achja, ich hab vergessen, Mod reinzumachen. Los, ey. Okay, so, du kannst ja nicht. Ahja, und ihr habt vergessen, das geht ja nicht. Hey, Mann! Oh, was gemeint so. Ey, yo. Oh, Mann. Oh mein Gott, die Hit-Sounds. Die Hit-Sounds hat ja ultra auf. What the fuck? Ach, du Scheiße. Naja, auch wiederum zu erwarten, wenn es ein Ranked-Shot ist mit M2U. Oder ist es ein Ranked-Shot? Das ist jetzt gar nicht einmal. M2U, ich weiß nicht. M2U gefällt mir auch von nicht. Ich glaube, es ist ein Ranked-Shot, ja. Ja, ist Ranked. Also wir haben jetzt an der linken Seite den Erbi, ein bekannter Streamer, der jetzt auch... Ja. Ja, Zombie. Oh, Blutty fällt aus. Alles klar! GG! Gute Runde! Ich mach das nur aus Spaß. Warte, kriegen wir einen Restream? Ah ja, da war ja was. Thank you. Bitte. Ja, Blutty, dein Warm-Up. Hm. Ach, da ist der Zurückknopf. Ich komm mit deinem Scan nicht klar. Wozu brauchst du dann Zurückknopfen? Wer ist auf Escape-Post? Auch ne gute Idee. So. Von STRG O drücken, ja. Das weiß doch noch mal ein Spin-Post. Wie kann ich denn überhaupt noch meine Map raussuchen? Ja, gar net. Du musst uns den Link dafür schicken. Lass mich raten! Du hast die letzten... Keine Ahnung, wie viele Matches haben wir jetzt an gehabt? 10 oder was? Hast du dir nicht angeschaut, wie man das macht? Ich hab nur Xerxe gesehen. Ja, eben! Du eröffnest den Link auf der Website und dann schickst den Link. Ja. Jo. Ich hab schon eh... Er legt ja noch schlimmer als wie der Arzt gerade, holy shit. Jetzt warst du ungefähr wie du, Dion. Ja. Wann warst du eh von den Watts jetzt, aber... Ja, nein. Es ist ein spontanes Match. Wir sind ja alle so flexibel. Komm, ein Match ist einfach so am Freitag um 10 Uhr am Abend. Ich bin ja mit deinen Routen... Oah, 4 Minuten! Holy fuck! Ookay! Gut. Ne, crossing-field. Aha! Also... Weißt du, ich rede noch mit dem Xerx, er so, ja, wenn du vorher Bescheid sagst, dann ist auch NoFail kein Problem, ich komm hier rein im Präfix, denk, nein. Also ich glaube, das wird das sehr schnell, also ohne NoFail wird das eine sehr schnelle Runde werden. Moment, Moment, du hast eine 7Key gerade submitted. Ist dir das klar? Platty? Weißt du? Du hast gerade eine 7Key. Du hast übrigens die höchste Difficulty, 4,9 submetet. Ist das überhaupt ein Standard? Ist das überhaupt ein Standard? Ist das ein Standardautokonvert, oder? Ich habe eine 1,7 ausgemacht. Ja, machen 4Key-Motten. Hallo? Hallo? Seht ihr noch was? MP-Mod 4K? Please? Nö. Please? Danke! Okay. Das ist Mods. Fuck. Ah, das ist Mods. So ein Rotz. Das ist nicht Mods, das ist Rotz, Alter. Unglaublich, hörst du. Good luck, Platty. XY, XY, der Klassiker. Oh Mann, die Bottom Row. Oh Mann, die Bottom Row. Das ist der erste Long Note. Das ist der erste Long Note. Das ist der erste Long Note. Mehr wegstirb. Ich muss dir doch lieber ausfällen. Oh Mann. Ja, bisschen late. Oh shit. So viel zu, dass Spanien gibt. Oh mein Gott. Bis jetzt bist du noch am Leben. Es hat die guten Anforderungen, du bist noch am Leben. Du Scheiße. Wie schaust du das überhaupt? Jetzt ist er komplett early. Fahne. Meine Augen. Das ist doch weh. Oh du Scheiße. Also Platte, in deiner Karriere bist du noch am Leben. Oh nein, die Long Note. Oh, du gehst auf. Oh, du hast mir zwei Minuten Pause. Ich muss ja erholen können für diese unstrengenden Long Note. Wir müssen mehr lachen, dann sie überhaupt hingucken. Keiner Mondtor. Da geht es auch nicht in den Bois Guild. Wo ist halt die AC Rolls? Du brauchst den Fokus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Große Frage ist, wird er schoffener Hunderter Combo ausgeteilt? Jetzt schaut es gut aus. Ja, mit Scorby 1 sicher aber so. Stimmt, haben wir Scorby 2. Scorby 2 ist schon drin, oder? Ja, sicher. So der Platte, der chillt auf sein Leben. Bei dem ist viel zu viel chill. Noch mal ein kurzes Shoutout. Erby streapt gerade auch. Wenn sie seine POV angucken, geht es auf sein Stream. Und verlasst es Mainstream einfach. Ich habe extra Erby vor Bescheid gesagt. Ich glaube, das wird wieder so ein Halftime-Match. Halftime? So weit kommen wir? Okay. Es gab schon mal DT-Only-Match. Ja. Und Tatea und Let's-N-Match-Trace-Jakob, was das so ist, nicht? Okay. Ich will nicht sagen, aber er beämt einfach so hart, wenn er schon mit... Ich bin so ghost-capped. Das ist schon ein hartes Video. Ist das überhaupt für ein Chart? Der macht nicht wirklich so einen Disrespect. Ist aber auch 100% fertig und da ist 700k. Ach, Platte! Also der Erby, Mist! Haben wir hin, der hat einfach so einen... ...kann dann 20 Sekunden Jump-Thrill. Ich würde das feiern. Erby hat ja keinen Bock mehr. Das macht der Erby. Nein, er spielt nach dem eigentlichen Song. Er ghosted. Ja, er spielt den eigentlichen Song. Er soll Quad-Mation anfangen. Das ist die beste Taktik im Lower-Break-Yout. Platte der Quad-Mation, glaub mal. Na! Der Kahn hat Sagenmacht und der hat fast auch nicht cool. Das sagen wir halt einmal so. Ja, wisst doch alle. Die Reise ist der Sieg. Oder der Schatz. Die Reise ist der Sieg, okay. Oh mein Gott. Ja. 850k. Erwin. War close. War close. Oh, die Scheiße. Negative ME ist am Start. Negativer Grade Count up. Ghost-Tapping is hard, bro. Oh mein Gott. Okay, Roy is here. We are on the back. 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 So. Jetzt kommen die Rolls, die zählen. Also, ich glaub bei dem Match wird das Rollen das halbeste, was wir sagen werden. Ja. Is egal, wer anfängt dafür. Ja. Ja. Du kannst ausrufezeichen Rollen einfach. Okay. Oh. Warte. Wenn du winzig bist, dann schreibst du ausrufezeichen Rollen-Mei-Penis-Länge. Merk ich mir fürs nächste Mal. Du bist grad ein Airbee-Ampfer zerstört, du hast einfach selber Rollstreak vernichtet. Oh, wie hieß denn das nochmal? Ich glaub blühende Nacht oder so. Yes. Fast. Blühende. Blühende. Erwin. Ja. Oh. So gut, der Platy nimmt den alles. Richtig. Richtig, richtig. Ich kann mir vorstellen, wen er jetzt nimmt. Gell? Erwin Band, Elektronik Sound. Das hab ich noch nicht mal bisher gespielt. Sehr gut. Jetzt lucht ich ihn nicht. Das war ein starker Band. Zwei. Oh. Du bist schon im Zwei-Brand. Oh. Warte, der zweite Band. Das dritte von oben, ich mach einfach ne Xerx-Antwort. Das dritte von oben ist Kokeshawara. Nein! Bei meiner Listen schon. Bei mir ist das Clapping Music. Ja, okay, gut. Dann ist der Code wie der Biest. Yes. Das geile ist Clapping Music. Das würde ich sogar hinkriegen. Aber ne, kein Bock. Kann man immer noch bitte Droh-Fail machen? 3-Mod Design, da kannst du noch mehr picken. Panischer, ja. Panisch, der Panischer. Platy, erster Pick. Ich hab dir die Listen bei Discord geschickt, gell? Falls du nicht mehr weißt, wie das offen heißt. Ich mein, können wir nur VR machen oder nicht? Ja, klar. Ja. Du solltest deine auswollen können. Koks. Du musst es auswollen. Ja schon. Koks. Habs deine freigeschalten. Sag einmal, ob es geht. Ah ja. Kannst du es auswollen? Ja. Ja. Prost. Oh. Du solltest das auch so machen, ne? Dann funktioniert es vielleicht auch. Mehr ist schlecht, ja. Ja. Ein Double-Type, oder? Yo, MVP. Oh Gott. Let's go. Okay, aber ich mach die übelste Memes-Jade. Was? Was hat er gemacht? Ich werd nix spoilern. Ja, flashlight. Oh! Das Schöne ist, wenn ich's richtig verstanden hab, ist das ja seine Map. Das ist sein Messer. Ist es, ja. So, Erwin mit Flashlights. Erwin mit Flashlights. Watt, Moment, der Flash- Der will den Dis-Respecten. Lass doch das nicht wollen. Er will aber dann Spaß haben. Das kann er so, also so. Also, Vlatti, kaum ein Kombo am Heuten. Das ist das Notfall, das wirst du brauchen. Ach du Scheiße. Portmash, Portmash, yes. Oh mein Gott. Was? Ich bin auch in meinem WC, das dauert eh noch. Das wollen wir noch mal geben, weißt du da. Genießt den Koks einfach. Das ist der absolute Salad von meinem T-Grotz. Ja, der Erwin hat einen 10-fachen Squad, ist ganz normal. Ich find's sogar, wenn er einfach absolut nicht sterben würde. Einfach so ein Mitleid. Es kann sogar passieren. Wenn er Jump-Team kommt, kann's wirklich passieren. Dass der Erwin einfach rausgefehlt und noch eine Sekunde gewonnen, wenn er mit No-Fill steht. Da muss ich am Ende den T-Breaker nehmen, aus Respekt einfach. Das HMT ist der größte Push. Erwin hat nur immer 10 Mal so viel Score wie du, gell. Das ist eigentlich voll close. Du hättest am Anfang so, als hättest du 20 Mal so voll. Ja, das ist echt der Klopp. Ich hab einfach mal 10 genommen, okay. Dann ist es wirklich klopp. Oh, er will mich. Jetzt beim Jump-Steam. Das wird's herppig. Oh, wer kommt noch durchkommen? Dieser geht's ja wohl. Nix, wo man sagen wird, ja, da wird der HP fehlen. Und platte jetzt vorhin. Nach meiner Rechnung. 40k-Fursprung, bist du teffert. Obwohl er 40% denkt, wie macht er das? Kompletter Gott. Erwin kennt vielleicht sogar S auf den Charge-Spring. Wenn er sich unstrengt. Aber ich kommt, glaub ich, noch ein zweiter Jump-Steam-Bot. Der hat vorhin alleine in seinem Livestreams... Der hat als Warm-Up allein schon Koks gemacht. Der hat, ich glaub, zwei Misses reingehauen. Ah, Erwin missed. Greats, Goods, Greats, Goods. Ganz viel Greats. Ei, 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 ei. Der hat's doch vielleicht nicht gemacht. Ich kann froh sein, wenn er das auch noch holten kann. So. Aber jetzt kommt es eigentlich ganz gut. Ja, mit einem TB. Irgendwas verpasst? No. Der Platte hat's fast gewohnt. Achso, weil er fast gefällt war, oder das? Nein, ich hab ihm einfach gesagt, der Erwin hat zehnmal so vieles gehauen, wie du. So, als hättest du das auch. Dann war's richtig close, eigentlich. Wenn er zehnmal so vieles gehauen hat, dann ja, ist das schon ziemlich close. Ja. Also, dann hat er nicht der Platte gewohnt, aber... Ja. Bei zehnmal so viel... So wie der 900k. Nice. Negative ME, negative Greatcount. Mehr Guts als ME. Das sieht man gern. Ach du Scheiße. Erwin hat seine A halten können. Erwin hat seine A halten können. Erwin als ME und Great zusammen. Okay. Gut. Okay, gut. Erwin hat seine Pick. Erwin, dein Pick. Willst du vielleicht Halftime, Platte? Ich glaub das krieg ich nicht. Geschissen. Was? Halftime. Halftime ist langsamer. Halftime ist langsamer. Langsamer. Hm. Ich weiß nicht. Oh, Mutter. Jetzt musst du den Pott entscheiden. So. Erwin pickt 6 trillion years. Der gute Jake-Chart. Der pickt einmal die gleichen Sohn, gell? Ach, riskieren wir's einfach mit Halftime. Lass uns mal schauen. Was ist denn im Lower Bracket eigentlich noch nie gepickt worden? Overdrivers ist glaub ich schon nochmal gepickt worden. Punisher glaub ich auch. Lost Emotion? Wart's jetzt gar nicht. Trickstar ist schon nochmal gepickt worden. Intu da ist es gepickt worden. Kokshaber war. Sakura ist glaub ich noch nie gepickt worden. Oder? Banzoki Match vielleicht. Banzoki Match war Sakura dabei. Banzoki Match war Sakura dabei. Was hast du gesagt, Präfix? Halftime ist jetzt drinnen. Hört man da vielleicht an der Musik. Nö. Da gehst ein NFLnet ja. Aber schau mal... Oh, oh, da ist ein Auffäll nicht drinnen. Ich hab's eigentlich reingemacht. Vielleicht konnte ich's gar nicht mehr machen. Ja, weil ich wahrscheinlich die Dings geändert hab, hat das bei dir vielleicht rausgehört. Mal schauen. So, ich hoffe, dass ihr in verschiedenen Teams drin seid. Das weiß ich nicht. Oh, was hat der Erwin, der probiert hätte alle Mods, sowieso schon. Ja. Willst du mit hüten? Der Match ist finished. Sehr gut. Nehmen wir hin, wird auch schnell eine Runde da heute. Erwin hat doch gesagt, vergiss den Anfällen nicht. Okay. Platy, der zweite Pick. Platy will halt einfach die Songs nicht fertig hören. Das ist... Ja, der macht die Songs nicht fertig. Er macht die Annie-Persend. Platy ist suicidal und will da die I Wanna Die haben. Passt. Die schöne Die. Ja. Äh, packiss den Anfällen nicht, weil sonst fliegst du auch da wieder raus. Wortwörtlich Annie-Persend, ja. True. Sind die Speedrunning-Straits. Ich hab gedacht, Wackeleut, nein, machen wir nicht. Sterben, ja. Jetzt kann man sich wieder anrufen. Oh Gott, das ist so hoch geworden jetzt. Jetzt kannst du Quad maschen. Das ist für Quad da. Auf jeden Fall, ich muss alle vier Tasten drucken. Genau. Im Takt. Den bringen wir männer bei uns. Was bin ich? Gott, ich hasse dieses Game. Nein, 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 nein. Ich hasse... Ich muss mich über die vierte Lachen einfach verkleiden. Die guten Strats, Alter. Es hat aber sogar Sechzehntel drin, das macht das gar nicht zu einfach. Witziger ist, der Erwin könnte genauso gut Quart-Maschen, aber man sieht es halt bei ihm nicht. Ja, stimmt, ja. Das macht er vielleicht. Also er hat den echten Cheater-Mod drin. Amitiden spielt er eh ganz gut. Aber mal schauen, wie weit... Das lief Klintosche. Mal schauen, wie lange es noch so geht. Also nehmen wir mal unsere Reading-Position, die ist jetzt schon überdeckt. Mal schauen, wie weit das noch aufgeht. Ich glaube, vielmehr über die Hälften geht es nicht. Echt? Okay. Mal sehen. Ich glaube, das ist ja schon zum Halten gekommen. Richtig gut, der Exogon noch eigentlich, holy shit. Hat schon ihn. 99%, Full-Combo. Währenddessen auf Platy seiner Seite er arbeitet auf die 69 hin. Oh, er hat sich. Na! Für alle alle Sekunden. Na! 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 Ja! 69! Na! Na! Platy! Du brauchst die 69! Komm an, streng die an! Quad-Maschen, wie du noch nie gekocht möchtest. Weniger Öl und Chewbacca noch machen! Hau rein mit eure Tasten! Nein! Oh mein Gott, der Dream! Ich hab noch nie gekocht, Bessch! Was erwartest du von mir? So ne Taktik hab ich vorher nie gemacht! Passt schon! Du drei Nanosekunden warst auf der 69. So! Meine Klammer, der eigentlich nicht mit 69. Aber auf den 90-Kanalien-Kompetiden. Komm an, lossen! Ja! 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 Ich weiß auch nicht, wie oft der Erwin mit Mats spielt. Also... Wie oft spielt er überhaupt? Ne, das ist besser. Der spielt auch noch mal 7-Key! So! Ja! Wenn er spielt, dann... Aber ja, gut! So! Erwin! Matchpoint von Erwin! Und sein Pick! Jo! Er kennt keine andere Mappen mehr. Er kennt keine andere Mappen mehr. Er kennt keine andere Mappen mehr. Overdrivers! So! Game! Oh mein Gott, wie die sich auf Haftemann holen! Ah, aber... Das sind die Overdrivers! Ne, du hast die Overlegs drinnen, Alter, wieder. Eh klar! Aber du hast die Gefahren gemacht! Ja, das hat man nicht gehört! Das sind die Underdrivers auf Haftem! Ah! Moment! Das ist immer noch Haftem! Das ist immer noch Haftem! Das ist immer noch Haftem! Ja! Das ist immer noch Haftemann! Sonst vielleicht auch Quad-Mashen! Nein! Ich fang dich ja mit Quad-Mashen! Das gefühl ich mir gar nicht an! Probier's! Probier's wirklich fühlen! Oh mein Gott! 2 3 4 5 5 3 4 4 BRUH! Overdrivers! Wollte nicht einmal Sound einhaben, damit das Lied gehört. Ja, jetzt fangen sie erst an mit Overdrivers. So, dabei... Schaut schlecht aus dem Platy. Erwin hat... Er ist auf 10k! Das doppelte von seinen 10-fachen Score. Was? Es macht einfach leid, dass 20 Tonke... Das stimmt, der darf ein Geld nicht. How do I have brain guys? Wir schauen mal, ob er 20k klappt. Ja, wenn du es 20k ausschauen kannst, ist der Hype. Oh mein Gott. 15k, 16k... Erwin braucht 320.000. Nein, da kommt der 70k. Er konnte es nicht aufholen. Nein, Erwin Mist! Mehrmals sogar, holy shit! RIP! Das war's für Erwin! Das war's für Erwin! Erwin ist raus! Er wird nie wieder das 20. Woher rum! Das muss er auch am Schluss bringen, eigentlich. Da Platy muss... ...unter... ...40k haben. Ja... Wie lange ist die Scheibe? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist so geil, dass... Ihr seid bald bei der Hälfte, glaube ich. Moment, was? Ja. Oder ihr seid schon über die Hälfte. Das ist so geil. Erwin ist finisch. Oh, Platy ist ausgefailt! Was? Platy kann nicht ausgefailt. Der hat noch Fail. Okay, das ist schon raus. Es ist so. Ich weiß nicht, beide mit Hälfte sind. Ich hab's nicht mit Hälfte. Ich hab's nicht mit Hälfte. Was? Ja, GG, we're playing. Danke, dass ihr heute zugeschaut habt. Spannend! Richtig gut. Richtig spannend. Also, wer da die Brackets zusammengestellt hat, der kann sich auch erschießen, gell? Ja. Oh mein Gott. So, aber ich glaub, ich würd da noch ein bisschen Mania spielen gehen, als...